Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Aufputz zweifach bzw. auch dreifach Steckdosen fachgerecht anschließen und vor allem dann auch miteinander verbinden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann können wir auch schon loslegen. In meinem Fall kommen wir von hier links um mit einer dreiartigen Zuleitung, nimm 3x1,5 Quadratmillimeter zu unserer Verteilerdose. Hier habe ich das Ganze schon auf 15 cm jetzt abgemantelt und auch 1 cm für die entsprechende Zugeentlastung hier in die Dose stehen lassen. Und nach unten geht es ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung. Ebenfalls wieder 15 cm hier abgemantelt und hier unten habe ich einmal von dem Beginn meiner Doppelsteckdose ca. 12 cm hier jetzt noch überstehen lassen. Als nächstes müssen wir einmal schauen, dass am Ende auch hier ein Zentimeter noch in unsere Doppelsteckdose von dem Mantel hineingeht und das Ganze abgemantelt wird. Wenn es dann soweit passt, kann man sich hier mal die Leitungsdurchführung aus dem Gehäuse rausnehmen. Bei mir ist auch schon ein Loch drinnen, wenn nicht, hier natürlich noch nachträglich eins reinmachen und das Ganze einmal richtig auf die entsprechende Leitung drauf geben. Wichtig ist jetzt, man sollte die Leitungsdurchführung noch etwas weiter nach oben schieben und anschließend wieder einen Ticken nach unten zurückziehen. Hat einfach den Grund, dass sich hier oben das Gummi jetzt umstülpt und sich hier oben kein Stauwasser bilden kann. Und wenn es dann bei dir soweit passt, dann einfach mal die entsprechende Leitungsdurchführung wieder in das Gehäuse hier hinten hineingeben. Im nächsten Schritt mache ich mir mal meine Schelle hier oben zu, dass ich auch die entsprechende Zugentlastung habe. Wichtig ist, so eine Schelle sollte übrigens im maximalen Abstand von 10 cm von so einem Gehäuse bzw. einer Dose entfernt sein. Und wenn wir das haben, dann kann ich mal auch schon meine Leiter hier innen drin entsprechend rechts rüber und auch etwas nach unten biegen. Da, wo ich jetzt auch meine erste Steckdose anschließend anschließen möchte. Im nächsten Schritt kürze ich meinen blauen Neutralleiter und meinen meistbraunen Außenleiter mal noch um circa 1 cm ab. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass mein grün-gelber Schutzleiter hier jetzt etwas länger ist. Und im schlimmsten Fall, falls die Steckdose irgendwie mal herausgerissen werden sollte, dann fällt auch mein Schutzleiter als letztes und wir haben einfach den maximalen Schutz. Der nächste Schritt ist, dass ich in meinem Fall alle Leiter mal auf genau 11 mm abisoliere, so wie es für mein Steckdosenmodell auch passend ist. Wenn wir das haben, können wir unseren Steckdoseneinsatz auch schon dementsprechend richtig anklemmen. Hier links mache ich persönlich immer den blauen Neutralleiter drauf, hier in der Mitte kommt der grün-gelbe Schutzleiter drauf und hier rechts drüben der meistbraune Außenleiter. Welche der beiden Klemmen wir hier übrigens immer verwenden, ist vollkommen egal, da diese elektrisch miteinander verbunden sind. Ich habe das Ganze aber auch hier immer auf der rechten Seite angeschlossen, da ich die Linke jetzt gleich noch für meine zweite Steckdose hier links drüben benötige. Und außerdem können wir auch den blauen Neutralleiter und den braunen Außenleiter hier vertauschen. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt und hierfür gibt es einfach keine Richtlinien. Jedoch sollte man sich angewöhnen, im Haushalt immer dieselbe Belegung zu haben. Ich habe links immer den blauen Neutralleiter und rechts immer den braunen Außenleiter. Die erste Steckdose ist somit auch schon fachgerecht angeschlossen und jetzt müssen wir von dieser das Ganze irgendwie noch zu unserer zweiten Steckdose überbrücken. Hierfür habe ich mir mal drei solche freien Leiter hier abgeschnitten, das Ganze abisoliert und auf genau 7 cm gebogen. Auf diese 7 cm bin ich übrigens gekommen, da meine beiden Steckdose-Einsätze mit der Mitte genau einen Abstand von 7 cm haben und diese somit dann auch passen. Ich gebe meine Leiter also dementsprechend jetzt immer in die zweite Klemme hier hinein. Und als nächstes kann ich auch schon meinen zweiten Steckdose-Einsatz hier richtig anschließen. Danach kann ich beides schon einmal in die entsprechenden Halterungen hier hinten richtig hineingeben, den Deckel von vorne mit Gefühl auf unser Gehäuse draufgeben und anschließend einmal auch die entsprechenden Schrauben alle festdrehen. Meine Doppelsteckdose ist somit auch schon richtig montiert und hier könnte ich natürlich auch noch weitere Steckdosen anschließen. Vom Prinzip her ist es immer dasselbe. Doch jetzt tun wir mal hier oben noch schnell unsere Verteilerdose richtig verdrahten. Zuerst beide grün-gelben Schutzleiter mit genug Reserve hier auf die Seite mal nebeneinander legen. Danach meine beiden braunen Außenleiter und zum Schluss meine beiden blauen Neutralleiter. Wenn wir das haben, kürze ich alle meine Leiter mal noch auf dieselbe Länge ab. Isoliere sie wieder alle auf genau 11 mm ab. Und kann sie jetzt auch schon in Farben entsprechend miteinander in so einer Klemme hier verbinden. Danach alles noch ordentlich in die Verteilerdose geben und wir können auch hier schon unseren Deckel einmal draufsetzen und danach wieder Spannung auf unser System geben. Bei mir liegen links jetzt genau 230 Volt an, so wie es sein soll. Und auch rechts liegen meine 230 Volt Spannung auf jeden Fall an. Und somit haben wir so eine Aufputz-Doppelsteckdose jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Aufputz-Steckdosen, Leitungen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.